Bald habe ich da kein Mana mehr. So. Okay. Okay. Okay, einer dauernd. Bitte die andere Beine auf. Ah, okay. Okay, hat Jessica jetzt überlebt? Ich weiß. Aber so lange überlebt sie es auch nicht mehr. Eine Schatztruhe. Wo ich nicht hinkomme. Ne, das ist für mich kostenlos. Ah, ich haue einfach raus hier. So. Wah. Bam. Das sieht so arm aus. Der macht doch so viel krassen Schaden. Das ist das Geile. Ich glaube, das wird uns nachher helfen, dass wir den schon haben oder so. Aber noch die ganzen vielen Flächenangriffe werden uns helfen. Was sagst du? Die versuche ich jetzt mal so zu besiegen. Wie sie gedacht sind. Vielleicht kriegen wir uns so verwirrt. Oh. Oh, Wuk, 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 Wuk. Wukamhiib? 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 Flam, Flam hieb? Wukamhiib? Wukam hiib? Weiß glaube ich, ne? okay verwirrt 50 prozent in die hölle geschickt ich glaube ein schneller durchgezogenen angriff kommt ganz gut tot die sind gar nicht so stark die haben gute angriffe ja aber stark in dem sinne in die medaille ist immer gut für mich ich würde so machen würde ich das so machen dann würde ich sehen so machen ich weiß die wird jetzt sterben aber das ist mir gerade rille also ob ich die vielleicht zum platz zu kriegen weil die haben eigentlich viel 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 leben wort das hätte ich jetzt nicht gedacht dass ich sterben kann müssen jetzt halt alle so sterben boah halleluja kotze magie neue chunks ulti heilung voll heilung zum zum auch und zum 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 So, move in the end, water go down. Now I can get even further. It's a bit annoying. Boah, der ganze Weg wieder zurück. Ich hab mir schon sowas fast gedacht, dass die alte wieder vor mir ist. Waaah, what the fuck? Das ist jetzt gar nicht geil. Mal so. Entgiftung auf Cengiz. Der ist noch nicht stärker. Okay, wir sind nicht dran gehindert. Machen wir mal so. Down. Down, super. Warte mal, komm mit. Hier, es gibt da Hintertür. Danke. So. Teleportieren wir uns mal zur Kirche mehr. Und dann nehmen wir mal den Fluch auf, ey. Ähm. Erst mal speichern. Ja, speichern ist gut. Das kommt doch ganz gut hin. Eine Stunde haben wir schon. Wir überspeichern den. Wir fangen wieder oben an. Ach. Ach. Nicht dumm. Ja. Ja. Es muss jetzt ca. Eine Stunde gewesen sein. Ähm. Möchtest du? Ja, natürlich. Ähm. Segen. Ich bin. Okay. Das haben wir auch. Da stand jemand. Natürlich bin ich erschöpft. Was? Immer wenn ich penne, habe ich Träume. Immer wenn ich da penne. So. Dann teleportieren wir uns mal gleich direkt wieder in die Piratenbucht rein. Das ist nämlich auch das letzte Ziel, was wir hatten. Darum ist das immer als letztes geblieben. So. Jetzt kommen nur starke Monster. Boah. Eklavten. Hier. Gibt es jetzt gebratenen Hummer. Zack, zack, zack. Ah, wir sind glaube ich... Ah, hier richtig, ja. Da durch, in den Geheimgang rein. So. Jetzt gibt es gleich gebratene Tintenfisch. Mit der Urgewalt des Orkans. Das zieht 34 ab und der normale Schlag zieht auch 35, 34 ab. Wow, gemahne Kalamaris. Aber ihr Vorsprung wird nachher nix helfen, weil wir es nachher kriegen. Weil die nachher gefangen wird oder so. Verdun, will ich mal aufhören. Das ist verdient. Moment. Zurück und da lang. Na, den hartes Helm. Ja, das ist bestimmt extra gemacht. Ja. Dass wir... Ja, dass wir vorher schon gesehen und wir das hier machen müssen. Das ist nicht gut. Mach mal so. Düt, düt, düt. Ja, 31. 120. Lockerflockig. Die, die haben unter... 171. Wartet jetzt. Noch ein Feierschaden. Und zwar hat er 110, 120. Der hat nur viel. Der Schlitzer, der hat richtig viel. Der stirbt jetzt sofort. Egal, wer den angreift. Talos. Dazu sind wir aus und weiße Schaden rein. Ah, Eisenschild. Först, denn, Vielen Dank.